Nein, wir müssen das Tor beschützen! Welches Tor? Hinter uns! Da ist die Anzeige! Ach, das ist das Tor, die Anzeige! Ach, jetzt seh ich es! Okay! Ich hab gedacht, das ist wie viele noch kommen! Ah, oder mein Stufe von den Competitive Points bei den Waffen! Ah, okay, ich gedacht! Okay, what the fuck! Alter, ich nehm Hand... Ne, ich nehm McCree! Das ist ja krass, ey! Schwarz-Weiß ist ja geil! Richtig übel! Unsere Geschichte... Ach so! Oh, wie das schon... Wie das schon aus? Yeah, nice! Alter, das sieht so übelgeil aus! Ey, sorry, ich freu mich gerade wie so Apfel! Ah... Das sieht doch ganz stark nach Eichenwalde aus! Das ist Eichenwald! Aber anders irgendwie! Ah ne, doch, hier jetzt sehe ich es! Ah, okay! Mensch, Dave! Das läuft hier einfach mal durchrasiert! Ja, ja, ich dachte mal... Da kommen wir! Da von oben, von oben, von oben! Ja! Ja! Du hättest die immer an und ich hole sie mir dann! Alter! Cool! Guck mal jetzt! Von links! Äh, von rechts! Hier ist jetzt ein Sumpf! Ja! Wahrscheinlich... Nicht schlecht! Boah! Nicht schlecht! Ich hab den einen! Guck mal! Da oben ist nicht einer, der schießt! Ja! Ist kaputt! Da oben ist nochmal einer, der schießt! Vorsicht! Möchte ich mal Heilung! Kannst du mich mal heilen? Ja, wenn du nicht so komisch rum springst! Ehe, willkommen in Heilung! Nice, Leute! Warte, ich zieh mal um meine Ulti! Ach, äh, Seh mal zu, dass du mich... Ich glaub nicht, dass du... Achtung! Achtung! Flo, ich geb's jetzt auf meine Ulti! Hau rein! Guck! Greif an! Ich glaub, der Bischof war das Sinnvollste! Darf halt keiner durchkommen! Ja! Na! Und wir müssen das Radisch! Wir müssen das Tor beschützen! Ich guck grad nicht auf die Punkte! Nein! Wir müssen das Tor beschützen! Welches Tor? Hinter uns! Achso, ja! Das ist die Anzeige! Ach, das ist das Tor, die Anzeige! Ach, jetzt seh ich es! Ich hab gedacht, das ist, wie viele noch kommen! Oh, stimmt! Nein! Komm zurück, komm zurück, komm zurück! Ja, und der Flo wird natürlich immer vorne dran hin, wenn ich grad auf die Welt schieß! Ach, du Scheiße! LOL! Nein! Nein! Oh nein! LOL! Und wir müssen trotzdem weiter! LOL! Ich bin tot! Ja! Da kommen noch ein paar mehr! Alter! Alter! Nein! Der Reaper ist tot! Da kommt noch ein bisschen was! Da kommt noch ein bisschen was! Nice! Wurde wiederbelebt! Alter! Krass! Das ist ja geil! Nolo! Alter! Ab geht's, Jonge! Der ist dein Ernst von dem Gegner! Er kann uns noch gefährlich werden! Das ist steckend! Hier geht auch schau! Ich bringe uns sicher nach Hause! Wie ich es war noch unter! Ich warte noch ein bisschen, dann geb ich dir wieder Ulti Flo! Ja! Ich geb dir Ulti! Oho! Bitteschön! Danke! Danke! Da kommt wieder ein! Oho! Achtung Rad! Nice! Ey! Da ist einer fast durch! Ja! Wo? Der ist durchgegangen! Scheiße! Ich hab ihn noch erledigt vorher! Ah! Okay! Weil die explodieren auch wenn sie durch sind! Da kommt noch mal ein Rad! Nice! Halt euch! Geh rein! Ich halt dich am Leben! Ich könnte vielleicht versuchen ein bisschen mehr Schaden zu bekommen, damit man eine Ulti chargen kann! Äh... Achso! Okay! Aber halt nicht zu viel so, dass ihr stirbt noch! Achso! Schade! Okay! Du Schmackenscheins Monster kommt! Nein! Hahaha! Geil! Oh! Ich das wusste jetzt! Alter! Die Kreatur lässt auf der Kostnode! Nein! 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 Scheiße! Ich brauch mehr Kopfschüsse! Warte ich! Ich muss doch die anderen abhalten! Nein! Nein! Hörst du die rechte Seite! Hörst du die rechte Seite! Verdammt! Ich hab der Ulti flog! Oh! Scheiße! Er hat Ulti! Nein! Ich bin tot! Oh! Ah! Er ist auch tot! Ich bin tot! Alter! 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 Wir haben erst einen Stern! Wir haben erst einen Stern! Das gibt's ja gar nicht! Wie lang ist der Timer? Ja! Das geht ein bisschen zu sehr sicher! Ja! Nein! Ich mein' den 5 Stern auch! Der hat 10 Sekunden! Okay! Also normal! Oh Gott! Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ist das geil! Alter! Und immer aus seiner Wachsucht trieb er seine Kreaturen weiter! Ich muss jetzt... Geht vielleicht so ein bisschen vom Tor weg! Ich glaub der schießt auf euch! Und dann trifft er noch das Tor! Ah! Der Reaper ist da! Der Reaper ist da! Das gibt's doch nicht! Fuck! Ich bin tot! Ich bin tot! Ja! Nicht nur du! Jeder! Nee es sind mehr als 10 Sekunden! Es sind 12 oder so! Oh! Oh das war's! Nein! Oh! Die Helden kämpften tapfer! Aber sie konnten Dr. Junkenstein... Alter! Ist das fun ey! Alter ist das fun ey! Ich stell mir das grad als so schwer vor! Dr. Junkenstein hatte seine Rache bekommen! Guck mal! Genau die Witch kam gar nicht! Hey! 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 Okay ich geh mal hier nach hier oben! Boah! Ich habe eins! Hat McQueen eigentlich einen neuen Skin bekommen? Nein! Ja das weil ähm... Im Comic hat er denn ähm... Dingsgenie hat... Ah wie heißt dieser komische Chill? Ich bin... Ein Bogenschütze und... Ein Außenseiter... Genau der wo am Anfang auch schwarz-weiß ist... Eine bunte Truppe haben wir hier zusammen... So war's schon immer... Wo auch mit Frankensteins Monster ist... Du zieht den seltsamsten Gefährten an... Rüber! Rechts! Rüber! Rechts! Du fällst dich nicht mit... Mit deinem Auge kannst du immer noch besser schießen... Geh ran! Heilung im An... Fang! Hier! Nimm ein Heil-Elixier! Achtung von links ne? Ja! Rechts! Hab ich! Du sagst du dienst der Wissenschaft! Ja! Der gute Doktor Jankenstein würde von sich wahrscheinlich... Ich hab das Gefühl die sterben hier noch schlechter! Wissenschaft ist Werkzeug und Methode! Ihren Zweck... Also... Mit einem Headshot kriegt hier ja gerade alles tot! Wo müssen die denn so? Aber ich hab vorher mit... McCreeds! Blue, du hast ja vorhin Dings gespielt... In Hanzo! Sind die bei dir auf dem Headshot alle gestorben? What? Beim Headshot vorhin sind... Äh... Jaja... Headshots gegen auf jeden Fall! Ich hab... Auch die blauen Dinger die schießen? Nee, die nicht, glaub ich... Ja... Ah, weil die sterben bei mir auch mit einem Headshot! Doch, doch! Ja auch, ja? Also hier bitte ich... Jaja... Leute! Ja? Achtung, kommen welche durch! Wo? Hinten! Die Sonnen ins Krachen gegen das Tod! Ihre Körper zerbarschen und ließen das Alte euch splittern und erzittern! Vielleicht mal... Andes hat nur weniger Schaden! Ich bin bei dir! Ein King explodiert schon wieder, was ist das? Also ich hab Ulti ready! Äh... Ein Ding kommt! Dem soll ich ein Ulti geben! In unserem Soldier war! Der hat sein Ulti zu früh... Ja, der kommt als erstes, der Reaper! Super! Ja... Nee! Von wegen... Jetzt schon? Der Seelen-Ernter-Hafer-Fluch! Ein willenloser Diener der wilden Hexe! Wenn der jetzt rauskommt, ist er tot! Nice! Nice! Super Ding! Der Fluch des Seelen-Ernters wurde aufgehoben! Wow! Alles wasch, echte Schafscher hier! Achtung! Links! Kommt wieder was? No! Ich hab ein Auge auf dich! Der Seelen-Ernter ist ein Ernst zu nehmen! Ach Mist! Der kann uns noch gefährlich werden! Bin erst bei 37 Prozent! Ich bringe uns sicher nach Hause! Wie ich weiß nicht! Ich versuch zwar auch Schaden zu machen... Ja, aber das geht halt nicht so gut noch... Ja, ja... Wo ist das gerade? Wo ist das gerade? Ah, das kommt in der Mitte! Ist das weg? Ja! Rechts! Oh! Nice! Super! Ich hab's Ulti! Okay! Ich hab's Ulti! Sollte jetzt... Ich hab' auch Ulti! Sollte jetzt... Ich hab' auch Ulti! Hinter dir! hinter dir ist schwierig ja ja tschuldigung ich hab's gerade gemerkt okay okay der wird wahrscheinlich mich gucken wollen sag mal wenn ihr bei euch vorne dran sind ich werde jetzt einfach mal meine ulti durchsetzen die kreatur des doktors wurde zu einem und stürmer und er wird natürlich warte ich habe meinen block nicht fertig gehabt warte warte ich hab meine und die auch wieder also ich brauche noch ein bisschen ich brauche noch ein bisschen jetzt habe ich gleich ja ich habe noch keine ulti ready ich bin jetzt bei 42 prozent ich hab das jetzt auf für die dreierwelle wo spawnt ähm der liebe ähm dankensteinsmonster also roadhog ich weiß es jetzt muss ich spawne vorne ich denk schon ja weil dann gut noch ein alter ist auch tot ich hab gleich wieder ulti ich hab gleich wieder ulti ich hab ulti ich hab ulti ich hab ulti und hoffte das ist diesmal endgültig war wo ist er wo ist er jetzt kommt er ich hab gleich wieder ulti jetzt kommen sie ich hab ulti ich geb mich wieder unserem soldier der ist eigentlich gar nicht so schlecht ja das ist richtig gut nur ein kratzer nichts lebensbedingliches doch es war den helden entlang dass jankenstein noch andere verbündete atmen nein dieser verräter jetzt kommen sie ok vorsicht sagt mir wo roadhog spawnt ich muss roadhog finden ok direkt da vorne ich die hat mich seht zu dass ich am Leben bleibe seht zu dass ich am Leben bleibe leute hier hinten sind leute am ulti ok oh der jungle ist fast down nice mist leute hier hinten ist ähm der hat ulti direkt leute leute warte warte und das monster ja ja angeschlagen verletzt und asche victory ja aber wir haben jetzt doch nicht so aktiv sterne bekommen ich glaub wir haben noch keine 3 sterne ja aber vielleicht gehts ja noch weiter nee ich glaub nicht wir sind jetzt fertig das ende Diablo natürlich ja ich glaub hier McCree kriegt hier gesichert immer alter warte 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 ja weil man ja hier ungestört schießen kann ja 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 i vode die die und wir